so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal wieder ein kleines quiz von testedich.de was tun gegen langeweile heißt das quiz und es gibt 15 fragen das quiz hat mir der gute frittenfrisseur geschickt über whatsapp und wenn ihr natürlich noch mehrzahl von quiz für mich habt dann schickt es mir gerne unten in den kommentaren rein keine ahnung zu irgendeinem spiel oder irgendwas keine ahnung ja aber ich würde sagen fangen wir doch einfach mal an ja du liegst in deinem bett und hast partout nichts zu tun mache den test und du wirst erfahren wie du deine langeweile am besten überbrücken kannst und ich hoffe dir wird nicht langweilig dabei 15 fragen gibt es okay erst einmal muss ich wissen was der grund für deine langeweile ist keine ahnung irgendwie habe ich nichts nichts richtig lust auf nichts richtig lust oder oder was soll das heißen schlechtes wässer besser genau schlechtes wetter stromausfall zu lang andauernde ferien schlaflose nacht keine ahnung mir ist einfach langweilig keiner hat zeit für mich heulen ja schlechtes wetter ist nicht draußen scheint die sonne ja ich würde sagen keine ahnung mir ist einfach langweilig deshalb nehme ich das ja auch auf weil ich muss ja wissen was ich gegen langeweile tue was würdest du sagen wenn sich jetzt ein freund oder eine freundin mit dir treffen möchte kommt auf den freund die freundin an naja ich wäre unentschlossen da ich nicht wüsste wo wir uns bei einem solchen wetter treffen sollten ich würde ihm oder ihr sagen dass ich keine zeit habe ich würde mich vor lauter freude ich würde vor lauter freude in die luft springen und gar nichts dazu sagen ja ich würde vor lauter freude in die luft springen weil wenn sich ein freund mit mir treffen würde dann habe ich ja keine langeweile mehr ne quasi von dem her ja was käme für dich im moment auf keinen fall als beschäftigung in frage fernsehen da er kaputt ist äh nö kaputt ist er nicht nö funktioniert sport um gottes willen hör mir auf mit sport da kann ich ja gleich ein grabschaufeln und mich reinlegen alltägliches mich langweilen ja sport käme auf keinen fall für mich in frage weil das nie für mich in frage kommt welches wetter würdest du dir jetzt spontan wünschen hagel nebel sonnenschein eine zahn egal hauptsache es regnet nicht regen ja die sonne scheint gerade eh aber ist eigentlich auch ganz nice ne hat man schön kuschelig warm hier so ne ja sonnenschein auch wenn die sonne eh scheint wohin würden sie jetzt gerne verreisen oh sie aber sie als anrede schreibt man doch groß oder oder bin ich jetzt blöd ne ich mein wohin würden sie also ich glaube dass sie ich glaube dass es muss groß sein oder wie auch immer ich würde zu hause bleiben spanien italien italien ist immer gut welches fort sagt dir ganz spontan am ehesten zu ruhe unklarheit mensch menge mensch weil ich bin auch einer glaube ich wie dürfte ein mensch nicht sein damit du es mit ihm im moment aushält heißt hyperaktiv faul schüchtern ich mag eigentlich alle menschen ich mag ich mag eigentlich alle menschen stimmt ja quasi hab nix gegen irgendwen ne ich bin sehr menschenfreundlich ja denk nun mal kurz an die schule wenn du es dir aussuchen könntest welche sprache würdest du lernen italienisch ich mag sprachen nicht ich bin ja ein halber italiener von dem her schau mal in den kleiderschrank welches kleidungsstück fällt dir als erstes auf wenn ich in den kleidung kleiderschrank schauen würde ähm was würde mir dann als erstes auffallen ein t-shirt ja das liegt eigentlich das liegt recht weit vorne von dem her also meine t-shirts ne was denkst du dir als erstes wenn du aus dem fenster siehst keine ahnung so viele leute und was soll ich da sehen es regnet nato ja was soll ich da sehen so wie immer ne ich sehe halt ich sehe halt ein baum eine wiese und so ein balkon mehr nicht welche farbe beschreibt im moment eine laune da ist nicht grün dabei arschloch dann nehme ich ähm ähm äh gelb keine ahnung welche tageszeit ist im moment nachmittag abend mittag vormittag abend ist äh ne mal nachmittag würde ich schon noch sagen aber bald ist abend trotzdem nachmittag äh was machst du gerade nebenbei also während du diesen test machst aufnehmen nichts ich langweile mich fingernägel klauen kauen ja klauen natürlich klauen fernsehen essen trinken eigentlich nichts von dem ne ich nehme halt auf aber das gibt es nicht als option wenn du jetzt ein lied schreiben müsstest wie würde der titel lauten our friendship will not end i don't know how this ends i don't know how this goes on you have done something wrong i don't know what i want ähm ja ich nehme mal das welches getränk beschreibt im moment eine stimmung mineralwasser kaffee kaffee ist gut kaffee ist gut ja zu 40 prozent bist du der einsame du fühlst dich von deinen freunden und bekannten alleine gelassen niemand hat zeit für dich und du sollst dich jetzt mit dir selbst beschäftigen ja zu dem sage ich mal nichts weiteres ne leichter gesagt als getan ich denke für dich wäre es heute am besten einfach mal alleine shoppen oder kaffee trinken zu gehen oder was auch immer zu tun jedenfalls denk daran man sollte zwar seine freunden nicht vergessen aber was spricht dagegen auch mal andere leute kennenzulernen also schwing dich raus auf die straße und lerne die unterschiedlichsten menschen kennen glaub mir du wirst dich toll fühlen ja ist ja nicht so dass ich gerade eben von draußen kommen nee überhaupt nicht aber einen kaffee trinken gehen ist eine gute idee ich habe eh so eine stempelkarte ne würde ich einen neuen stempel kriegen ja kaffee trinken ist eine gute idee wie auch immer ich würde sagen das war's von dem quiz ja könnt ihr natürlich auch selber tun ja und wenn ihr weitere quiz für mich habt die ich mal machen soll in so einem video schickt sie mir einfach und dann ja dann mache ich das mal ne aber wie auch immer ich würde sagen wenn euch das video gefallen hatte würde ich mich über ein like abo oder kommentar freuen und ansonsten danke ich mal wieder fürs zuschauen und ja tschüss